Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Neue Suicide Buggy Spots seht ihr hier. Ja, wir sind nicht ausgestauben, wir machen das noch weiterhin. Wir sind hier gerade oder ich bin hier gerade unterwegs mit Dane Trooper, mit Hauptmann Klaus und mit Breezer. Hier wie ihr seht auf Markarth Monolith im Conquest. Eine Runde hat schon angefangen, wir liegen auch schon ganz gut hinten, aber ja, wir schauen natürlich oder geben unser Bestes. Unter der Rollklappe. Ja. Ab ihn, du warst Medic, oder? Ja. Achtung, der Little Bird ratzt euch da gleich weg. Ja, hab mich. Scheiße. Wir müssen jetzt mal ein paar Flaggen einnehmen. Lass uns mal bei den anderen spawnen, Dane. Ja. Gleich sind alle tot. Los. My Breeze expound. Ja. Oh, hallo noch. Straße runter. Von den MG-Schützen. Ich sehe ihn da markiert, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ach, oben auf dem Gebäude, ganz oben drauf. Lass er wechseln. Danke. 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 Oh, schön mit 0,2 erstmal oben. Hab ihn oben. Unter, oder? Okay. Von hinten noch, wo wir hergekommen sind. Ah, ist down. Voll auf Verbindungen geschossen. Ach, noch ein Sniper in der Seite. Komm mal. Bist du Medic? Er liegt irgendwo im Ecke, äh, in irgendeinem eingeschätzten Eckladen. Ja, ja, den habe ich aber auch gut gekauft schon. Ah, über uns. Da kommt so ein Bass. Hey, unter uns. Hab den Typen unter uns. Achtung, die kommen jetzt schon zu 2 Seiten. Ach, hab ihn jetzt auch. So, danke fürs Redzen. Einzige Redzorgie hier. Gibt's da nicht. Jetzt macht er wieder nur ein Slice-Knife. Knife doch nicht. Ja, das kann ich mir nicht entgehen lassen. So, ähm. Ja, das hier ist alles relativ safe. Lass mal zu Delta. Ich hüpfe mal hier runter. Na, ich gehe doch oben lang. Alles klar. Ich gehe dann auch rechts rum unten. Also ganz rechts über die Hauptstraße. Ja, ich gehe außen rum. Komm von hinten. Gegnerisches L.A.V. Klaus, du bist da dran. Ja, ne, Breaser. Pun-Hit. Breaser, Breaser, bei mir. Ja, ich habe hier noch einen Typen, der mich hier... Hat von mir schnitt. Ist down. No. Nice. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Down. Weiß nicht, ob da noch jemand ist, Klaus? Ich kann nicht leider hören. Hinter dem... Ah, Dane Trooper. Ja, ist erledigt. Ich versuche dich zu retten. Ach, Schepp. Das Sprino kommt. Ja, du hattest eh eine G36 irgendwie in der Hand. Ja. Da ist einer, Memphis. Hab ihn. Helikopter. Und ein Tank. Tank hinter Delta. Also bei Charlie in der Nähe. Ich kann nicht retten. Wo ist der Little Bird hin? Kannst du den spotten? Ist gespottet. Ne, ist er nicht. Ach, ich habe down. Unsern Little Bird. Ja, da hat der. Hinter uns, hinter uns, ein Gegner. Hab ihn. Oder auch nicht. Ne. Der hat das ausgehalten. Mach's zur Hölle. Ah, 38. Versuch rein für zu retten. Hab ihn. Komm, repariere euch. Danke. Rechts zu uns. So. Ich gehe da mal hin. Ich scheuche ihn mal auf. Oh, hinter uns war ihm kurz das hier. Ah, hier rechts im Gegner. Ah, hier rechts im Gegner. Hab ihn. Ah, ist es uns? Super. Hier links im Haus noch einer. Hab ihn. Ein LAW ist in der Nähe. Ja, ich habe es gesehen. Ich kann schwer erklären, wo es ist. Ich habe ihn gesehen. Oh, was? Bei mir hier. In der Gasse. Jo. Die Frage ist, wie komme ich da hin, um es anzugreifen? Boah, hat der mich schnell getötet. David. Ich hatte leider keine Raketen mehr. Kriegt er keine. Oh, shit. Erledigt. T blinkt. Erledigt. Er ist einfach nur erledigt, erledigt, erledigt. Doch, dauernd. Die Position können die jetzt mal gebrauchen. Was ihr hier übrigens an meiner ACWR dran seht, das ist ein Frontgriff, den ich selber nie ranbauen würde, aber ein User hat gefragt, ob ich den mal ranbauen könnte und damit fliegen könnte. Deshalb der Frontgriff an meiner ACWR. Hier geht's für meine Zone. Ausreden. Ja. Ah, ist da wieder woanders. Street Trooper. Heli. Ich versuche aufzukommen und zu helfen. Hot smoke. Nice. Ich habe den Typen, steig aus. Ah, ne. Übernehmen, übernehmen, ich rappe. Jo. Ist unten noch was bei Charlie? Ne, ich habe den Abstützen, den Hidi habe ich zerschossen. Mit der Gun. Alles klar, kannst du wieder switchen. Jo. Da vorne war ein Tank in der Envases gerade rausgefahren. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Ich gehe mal Richtung Bravo. Ich komme mal runter zu dir gefahren. Klasse, wo bist du gerade? Bei ECO bist du? Bei E. Ja, komm mal mit dir zu Bravo. Und zu Bravo gehen wir zur ECO. Auf den Häusern können sie verschimmeln, wie sie wollen. Ich glaube, da oben ist ein Spawnback. Bravo. Hab ihn. What the fuck? Ich habe auch keine Ahnung, was das war. Wie nur Flares und auf einmal... War Sukhita, Bravo. Erledigt. Ja, ein Typ auf der Brücke auch tot. Ja. Was ist noch einer auf der Brücke? Ach ne, die haben wieder beide Flieger. Helis. Nein, hab ich disabled. Ne, doch, disabled. Oh, Tank, Tank. Oh. Oh. Oh Gott, wie ich das vercheckt habe. Bei Bravo zwei Leute. Oben im ersten Stock. Komm zurück, repariere. Richtung Brücke einer. Ah. Wird gerappt. Ich rappe mit. Was hat er jetzt zerstört? Ja. Hab auch den Rapper getrüttet. Ich smoke euch mal zu. Nice. Ich renne mal zu Bravo. B blinkt schon wieder. Alles mal reaktiv noch dran. Leute, B. Ja, hab ich schon. Da oben ist er. Hab ihn. Du, Spasti. Ich hab dir grad voll angeschossen. War das noch ein LAV? Ja, LAV. Ich fall ihm in die Seite. Aktiv wieder dran. Geh aufs LAV rauf. Wenn er gerappt wird, ist er tot. Der Rapper. Disabled. Raps kaputt. Jaaaa. Habs. Repair tool da bitte. So, Delta blink. Charlie ist vom Feind übernommen. Dann lass uns mal zu Delta gehen. Charlie zurück. Oh Gott. Ah, daneben. Der stützt ja auch fast so schon ab. Wobei ich ja hier für C wäre. Ah ja, gut. Ne, ihr könnt auch C fahren und Klaus und nicht nehmen Delta. Ja, den Tank hier nehme ich doch nochmal ab, ne? Klaus, geh du mal über die rechte Seite. Ja. Synchronisch war. Was soll das denn? Ja. Da ist einer. Hier vorne. Ja. Ah ja. Hab ihn schon. Noch einer abgesprungen. Hab ihn. Alles klar. Der ist da im Gebäude drin. Der ist da irgendwie in diesen Raum reingelaufen. Alter. Wo kommen die denn nur Alaya? Mensch. Reparier dich nebenbei. Ja. Jo, von vorne haben wir zwei RPGs. Von vorne. Boah. Schleifer. Sagen irgendwas ist hier doch mit Fallschirm gelandet. Der ist rechts, rechts im Haus. Wollte von rechts erschossen. Jo, hier ist ein Typ dran an uns. Übernehmen, übernehmen, übernehmen. Rechts im Haus, Pionier. Übernehme. Powerrap. Ach. Heli ist schon wieder weg. Boah. APG hat mich. Hab den APG schützen. So, ey. Drecks Heli. Das gibt's nicht. Rechts ist wieder einer. Ja, wir sind alle zusammen. Nicht aussteigen den. Ich werde kaputt reparieren. Ist egal. Dann lass dich kaputt reparieren. 20? Ja, lass dich notfalls kaputt reparieren. Ja, ist aber der Panzer. Der Stream ist übrigens auf, Klaus. Jaja, ich wusste mal eh zum Maßen. Delta blinkt wieder. Ich muss da nochmal was einstellen. Ich hab so lex gehabt, als das Ding an war. Ja, eine Heli down. APG 1. Entweder diese Arschkinder da oben vom Gebäude. Diese Arschkinder. Zwei Tanks sind von uns. Ich bin tot. Ich lieg auf der Straße. Ja. Hast du den Stream mitgepostet? Oder was? Ja. Ok. Warte, dann mach ich gleich nochmal an. Tank engaged für Echo. Disabled. Heiler kommt hoch zu unserem Sniper hier. Direkt um die Ecke. Gut auch nicht. Ich rapp unser Panzer hier. Rein, 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 rein. Ja, hab's nicht geschaffen. Danke schon. Der blöden Sniper. Herrgott. Blockt hier doch nicht. So, bravo. Bravo wird schon gefällt. Der wieder, ne? Hinter uns auf dem Haus. Ganz oben. Sniper. Ja. Ich kann euch nicht helfen. Ich bin so low. Runter gesprungen. Ja, Heli. 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 Ich wurd gemattet. Was zur Hölle? Alter, wo diese Drex Helis immer rumfliegen. Und wie viele das sind. Unglaublich. Ich retze euch. Was zur Hölle ist mit so einem Heli los? Alter, mein Ping. 1,3 hat der Pilot. Oh, wir haben sofort die Sniper. Ja. Alles klar. Hit. 319er Ping. Auf die Entfernung drückt der mir so viel Damage mit dem MG. Seriously. Der blöde Sniper. Das gibt's doch nicht. Der zählt wird. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Klaus, mach mal bitte Gearswitch. A B. Das ist recht nice. Sehr gut. Ja, uns gehört alles. C und B blinken. Okay, B ist weg. Ich spawn auf A. Und auf B. Spawn bei C. Auf A gespawnt. Ich fack gerade so rum. Ich hab'n Ping von 300. Der macht den Stream aus. Nur Sniper hier. Nur. Darunter muss ich das mal überprüfen. M. 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 Ich bin rausgesprungen. Ab ihn. Nice. Ich lauf gleich, wenn wir A haben, Richtung... Oh Gott, ein Heli. Oh nein. Na komm schon! Down. First try, sehr gut. Okay, ich lauf zu Delta. Panzer fährt Richtung Echo, der bei Delta war. Ihr dürft sogar... Ja, ihr habt da eh noch Panzer-Z-11 zwischen Alpha und Delta. Saved! Hab ihn. Hinten auf der Straße zu Echo ist ein Panzer, ne? Ja, ich weiß, gegen den Kämpfen wir schon länger. Okay. Wieder diese Sniper! Auf D sind zwei. Direkt an der Flagge passt. Hinten auf. Hab sie beide. Da ist noch jemand an der Mauer. Nee, den hab ich. Nee, der war doch eben noch markiert. Hab ihn. Ich hab ihn mal rein. Was für das Ding heißt. Ich hab ihn auf. Ich hab ihn auf. Was für das Ding heißt. Ist down. Jo, alles klar. Geil oder was? Seite down. Ah ok. Was die Leute für Pings haben. 588. Alles klar. Das ist gerade echt furchtbar. Ja, Madback. Sniper down. Er kommt bei dir erst zwei Wochen später um die Ecke. Schon wieder ein Sniper da oben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er hat einen auf dem Haus gedroppt von Delta. Oh ja, shit. Gott im Himmel. Ich gehe zum Tau Launcher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will hier. Wollt ich Brüser? Das ist bei mir. Spawn down. Der Sniper hat uns einen Blick, wenn wir hier rausgehen am Rand. Wo ist denn der? Der Sniper ist ein bisschen zu schlecht. Wollen wir irgendwo oben auf dem Gebäude. Barsub zur Straße. Oh, ein Tank. Tank Richtung E. Direkte Sichtlinie. Hat einen Hit. Direkt hinter uns auf dem Haus auch noch einer. Ich weiß nicht. Ein Tank. Habe einen der Sniper. Hinterm Haus. Hinterm Haus. Hinten. Oh Gott. Habe noch einen Sniper. Oben auf dem Haus ist einer drauf bei dem. Jackhammer. Ah, exakt der. Ja. Ich habe gerade nur Sniper gekämpft. Nichts anderes gemacht. Auf. Ja, ich spawn bei Kloss. Guck mal Brüser. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind ey. Alter, das ist so lächerlich. Ich werde überfahren. Ich habe es gesehen. Ja, das kannst du da nicht weg. Klaus, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Smoke halt und fahr vorwärts. Sonst kannst du nichts. Und der nächste Scharfschütze. Meine Fresse ey. Das ist ganz oben. Das ist ein toten Winkel von meinem Geschütz. Auf welchem Haus denn überhaupt? Ähm. Westen. Westes Haus. Das ist das große. Auf der Rolltreppe. Nice. Ja. Stärk aus, dann haben wir zwei Blankwinkel. Ich habe mich aus dem Auto rausgesnipert. Was? Hast du mal ganz entspannt eben den Little Bird weggesnackt? Jo. Okay, ich komm rein. Jo. Oh man, na. Ja okay, der läuft weg jetzt. E oder C? Ja, lass uns E fahren. Charlie wird grad eh schon von dem Tank von uns gelagert. Ich geh mal rein. Ich steig mal aus und catch schon mal. Wo? Find ich. Ja. Ich hab nur mit dem Typen da hinten gerechnet. Den ich grad erschossen hab. Ah ja. Ich geh mal um aus Haus. Wir haben ein paar Ziele. Von D aus. Verleg dich. Verleg dich. Verleg dich. Verleg dich. Oh, von rechts oben kam die APT. Von dem Haus. Oh, wie der Typ gehängt. Ah. Ja okay, hat mich. Da ist aber noch einer oben. Ja, ganz oben. Guter Winkel. Das war auch der Typ, der dich erschossen oder angeschossen hat. Das war der Typ, den du erschossen hast. Das war nur ein Supporter. Ja. Ist er nach oben? Ja. Schieß noch. Nein, er nimmt Deckung bei mir. Ich guck hier die Strauße, weil klar der Kampfpanzer kommt. Da ist jetzt noch ein Sniper, der ist gespawnt. Warum auch nicht. Nice. Eine Armbrust, der Sniper. Feuer mal weg und schieß das von vorne. Das ist die Kante da aber auch nicht zerbröckelt. Das ist scheiße. Achtung, da kommt ein Typ mit der Armbrust auf euch zugelaufen. Ja, von wo? Ich weiß nicht. Seid ihr? Na kaum, wo der jetzt denn ist. Oh, Alter. Scheiße. Hab ihn. Ja, genau. Da sind nur die... Hier ist nur am Häuser gecampt. Ist das krass. Furchtbar. Ja. Ähm. Lass uns mal zu... Lass uns mal zu Delta laufen, dann bei Charlie unterstützen. Genius Grenade einfach 90 Grad nach oben geworfen. Oh, hier. Ging nach dem Panzer, oder? Ja. Das ist ein Jeep nur. Achso. Disabled. Oh, kein Head. Was? Der wird repariert, oder was? Ein Jeep, der repariert wird. Ist down. Zweifel. Hab ihn. Oh, der wurde direkt zerhackt. Auf der Brücke. ich ziel weiter nach oben und in dem moment macht er aber aus einem absturz manöver das ist weg ach jetzt ist hat sie bei uns im team 320er pink delta blingelter tank ich hab mal kurz meine apg nach hängen schon da da steht ein paar sogar eine flagge ich schieße natürlich auf die hauskante er ist tot die base versatzung ich bleibe hier auf der hauskante er ist uns so weit gefahren aber sofort basung nicht zerstören ja hopp ich halte das bildwerkzeug dran und er explodiert jo bedick ja ich check aus draw kill auf dich links kommen wieder welche oben auf dem dach ist wieder was welche überraschung einen hab ich die um und die 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 Boah, das Hotel kann man hier geil zerschießen. Welches? Highlight. Ja, hier das Gebäude. Oh man. Ich hab ganz oben links ne RPG reingehackt. Da ist direkt einer an der Flagge von E. 2 laufen durch. Da ist auch ein Tank an der Flagge bei E. Hinter Eingang. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Bin hinter ihm. Der Tank schießt mich an und er kommt wieder an. Der MPW-43 schallgedämpft und macht nur den letzten Hit. Oh, ist das frustrierend für den Tank. Ich spawn bei Gabriel. Jo, ich hab hier zwei Jackhammer-Spezialisten. Hab beide. Oder einen. Hab keine RPGs mehr. Schießen wir uns. Hab sie beide. Aus. Ja. Ich mein. Irgendwelche kleinen Kanten hängen glaube ich. Na. Pünktlich zum Ende sind sie im Base Rape. Jo. War genau so geplant. Das ganze Match war übrigens abgebrochen. Ne? Jede einzelne Move. Und die letzten, äh, 10 Tickets war ich mit dem hier noch Ringelpeats mit anfassen. Mit dem komischen Snap auf dem komischen Haus. Ich hab nicht mal ne 2er KT. Loll. Loll. Dieser Breezer, ne? Dieser Breezer. Ja, ich hab mit 0,2 eröffnet, ja? Ja. Ich hab mit 0,2 eröffnet. Hahahaha. Hahahaha. So, äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war's mal wieder mit dem Suicide Buggy Squad Let's Play. Schaltet wieder ein. Es geht jetzt auch, äh, öfter weiter. Also, äh. War Sommerpause. Genau, das waren drei Wochen Sommerpause. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Wie gesagt, das geht weiter. Und, äh, jo. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschööö. Macht's gut. Tschöö. Ciao.